Im heutigen Video werde ich dir so einfach wie möglich erklären, was wir in der Physik unter Arbeit verstehen. Schauen wir uns dafür mal diese Situation hier an. Wir haben hier einen Block, der befindet sich auf einer reibungsfreien Oberfläche und wir haben eine Person und diese Person, die schiebt den Block an. Das heißt, diese Person übt eine Kraft F auf diesem Block aus. Dann wird sich dieser Block beginnen in diese Richtung zu bewegen und sagen wir jetzt mal, dass diese Person den Block so lange anschiebt, bis er sich an dieser Stelle hier befindet. Und bezeichnen wir diese Weglänge hier mit Delta X. Dann sagen wir in der Physik, dass diese Person an dem Block eine Arbeit verrichtet hat. Diese Arbeit, die bezeichnet man mit einem großen W und die Arbeit kann man ziemlich einfach berechnen. Das ist einfach die Kraft F mal dieser Weglänge Delta X. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Kraft von 10 Newton haben und sagen wir mal, die Person schiebt den Block über eine Weglänge von, sagen wir mal, 2 Metern an, dann haben wir eine Arbeit von 10 Newton mal 2 Metern, das heißt 20 Joule. Die Einheit der Arbeit, die ist Newton mal Meter und dieser Einheit gibt man jetzt einen eigenen Namen und dieser Name ist Joule. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was können wir uns unter dieser Größe vorstellen. Intuitiv wird der Begriff der Arbeit wahrscheinlich schon irgendwie Sinn machen in dieser Situation, diese Person, die hat arbeiten müssen, um diesen Block anzuschieben. In der Physik verstehen wir unter der Arbeit aber etwas anderes, und zwar eine Energieübertragung. In dieser Situation hier wurde Energie von dieser Person auf den Block übertragen. Oder eben in anderen Worten, von dieser Person wurde Arbeit an diesem Block verrichtet. Und nachdem diese Masse von der Person angeschoben wurde, befindet sich diese Masse ja hier und bewegt sich mit einer Geschwindigkeit V in diese Richtung. Und dann besitzt diese Masse kinetische Energie. Hier am Anfang bewegt sich die Masse noch nicht, das heißt sie hat keine Energie. Dann wird Arbeit verrichtet oder eben Energie übertragen von der Person auf die Masse. Und am Ende besitzt diese Masse dann eine bestimmte kinetische Energie. Also das stellen wir uns in der Physik unter Arbeit vor. Schauen wir uns jetzt noch ein paar weitere einfache Beispiele an. Schau dir mal diese Situation an. Hier haben wir eine Person, die eine relativ schwere Masse in die Höhe hält. Diese Masse, die bewegt sich aber nicht, das heißt Delta X ist 0. Und deswegen ist die Arbeit in dieser Situation 0. Das heißt, diese Person, die verrichtet an der Masse keine Arbeit. Was dir dieses Beispiel zeigen sollte ist, dass obwohl du hier vielleicht im Alltag sagen würdest, dass diese Person arbeiten muss, damit sie diese Masse in die Luft hält, physikalisch gesehen wird hier von dieser Person keine Arbeit verrichtet. Anders sieht das Ganze in dieser Situation aus. Hier hebt diese Person eine Masse M vom Boden auf und bringt sie auf eine Höhe H. Diese Person, die muss natürlich eine Kraft auf diese Masse ausüben, um die Gravitationskraft nach unten zu überwinden. Und die Masse wird von der Höhe 0 auf die Höhe H gebracht. Das heißt, hier wird eine Arbeit W von F mal H verrichtet. Schauen wir uns jetzt noch ein drittes Beispiel an. Hier haben wir wieder die gleiche Situation wie hier oben. Wir haben einen Block mit der Masse M, der sich auf einer reibungsfreien Oberfläche befindet. Das heißt, er kann sich nach rechts und nach links bewegen. Diesmal wirkt aber diese Kraft F nicht genau in Bewegungsrichtung, sondern schräg zur Bewegungsrichtung. Und diese Kraft F, die wirkt wieder so lange, bis die Wegstrecke Delta X zurückgelegt worden ist. Und die Frage ist wieder, wie groß ist die Arbeit, die hier verrichtet wird? Um das auszurechnen, müssen wir den Anteil der Kraft berechnen, der in Bewegungsrichtung zeigt. Das heißt, wir müssen die Kraft aufspalten in eine Kraft, die parallel zur Bewegungsrichtung ist und in eine Kraft, die im rechten Winkel zur Bewegungsrichtung ist. Und wir sind genau an diesem Anteil der Kraft interessiert. Wir haben hier den Winkel Alpha, das ist der Winkel zwischen der Kraft und der Bewegungsrichtung, der ist gegeben. Und wir haben diese Kraft F gegeben. Wie können wir uns jetzt diese Kraft ausrechnen? Dazu verwenden wir einfach Trigonometrie, und zwar der Kosinus von Alpha, ist gleich an Katheter, das heißt, diese parallele Kraft, dividiert durch die Kraft F, durch die Hypotenuse. Jetzt stellen wir diese Formel um, auf die parallele Kraft, das heißt, F parallel ist gleich F mal dem Kosinus von Alpha. So, und jetzt können wir wieder diese Formel von hier oben verwenden. Dann ist die Arbeit W gleich die parallele Kraft, das heißt, F mal Kosinus Alpha, F mal dem Kosinus von Alpha, mal der Wegstrecke Delta X. Und wenn du jetzt hier die Werte einsetzt, die Kraft F, die ist 30 Newton, der Winkel Alpha, der ist 45 Grad, und Delta X ist 2 Meter, dann solltest du hier ungefähr auf eine Arbeit von 42,4 Joule kommen. Das heißt, wichtig ist, sich hier zu merken, dass nur jener Anteil der Kraft relevant ist, der in die Bewegungsrichtung der Masse zeigt. In den nächsten Videos werden wir uns dann noch anschauen, wie man die Arbeit berechnen kann, wenn zum Beispiel die Kraft nicht konstant ist oder wenn zum Beispiel die Masse sich nicht auf einer Geraden bewegt. Die Playlist, wo du diese Videos finden kannst, die verlinke ich dir jetzt noch unten in der Videobeschreibung.